ARD Text im Auftrag von Funk So, nach einer Sekunde Du fährst Ja, ich fahr mal Das sind aber nicht die von gerade, oder? Ja, weiß ich nicht, nein Schade, er hat einen Bus geklaut Hat wieder jemand meinen Bus geklaut Ja, ich weiß Aber ich spiele hier mit dem Profi zusammen, denn das ist auch nicht passiert, dass er allein vorgeschossen hat Sag mal nichts dazu Ich fahre Sehr schön Nein Auch noch Klauen hier, oder? Nein, ich bin weggeführt Das sind Mühebräer Jetzt bin ich nach links weg Oho Geht er rein? Für Gary! Oh nein! Ja Ja Oh Nice! Okay Erste Runde gewonnen, würde ich sagen Neun Punkte Nee, die ist Hey Easy Easy Ja Come on Ja Wir haben direkt ein Timeout bei Serververbindung für die nächste Lobby bekommen Kein Wunder, wir waren zu gut Die wollen uns nicht mehr Leute, da sind wir wieder Wir haben gerade wieder ein paar Minuten gebraucht, um in eine neue Lobby reinzukommen Und da haben wir der kurze Cut Ja, perfekt aus Perfekt aus Perfekt aus Perfekt aus Perfekt aus Perfekt aus Vorlage Die Perfekte Vorlage kommt jetzt Ok, ja. Aha. Hey, der hat mich nicht gesprengt. Die war gar nicht so scheiße. Ich wollte aber nochmal nachsetzen. Ich muss dich hier mal ein bisschen in Schutz nehmen. Nachdem ich sicher die letzten Folge immer wieder bloßstellen musste. Boah, zum Glück bin ich da auf Seite gesprungen. Oh. Do it. Das war doch schön, oder? Oh, leck. Mein Ping ist es nicht gut, dass er überlebt hier. Ich konnte mich gerade nicht Gary-Style-mäßig aufs Dach legen und ins Tor springen, weil sobald ich versucht habe mich zu drehen, habe ich ihn immer wieder zurückgeruckelt. Das ist ja auch toll. Wenn wir jetzt wegen den Ex verlieren, ne? Boah, viel zu hoch gefahren. Achtung, wir schießen ab. Was? Hast du ihn eingeladen? Nein. Der wäre so oder so gegangen. Ne, stimmt. Ja, guck's dir doch an. Er ist da auch gesprungen. Ok. Und ich hatte falsche Winkel. Und er ist auch etwas gegen mich gesprungen. Ja, 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 ja. Ich glaube, jetzt gucken wir uns nochmal langsam an. Ich glaube, wir verlieren das nicht wegen weg, sondern wegen einem eigenen Show von dir. Ich bin sehr froh. Ne, ja. Aber noch nicht. Es ist ein Schip-Juddy. Ah, schade, ich wollte ihn etwas anticken. Ich bin jetzt geklappt. Jetzt fährt er mich noch hier schon über den Haufen. Okay. Ich bin gerade schon wieder für so viel zu gebrauchen. Was ist denn vorhanden? Ähm. Sehr gut. Frag mich nicht, wie. Mir vollkommen egal, Hauptsache du hast es geschafft. Ich bin dafür, dass kriegt auch ein Replay. Okay. Ich glaube, ich muss nach der Folge mal Replays aufnehmen. Von dem hier. Ich muss das Replay hier zu absprechen. Und dann mal schön im Blick rum killen, die Parade und das eigentlich wieder raus holen. Ich muss mal ein Video zusammenschreiben mit so den besten Momenten. Ich muss dich die Videos ja aufheben. Ja, durch. Oder sie wieder runterladen dann, oder? Nach aufnehmen. Ach, schade. Och. Och ne. Ich setz nach. Och ey, was ist denn schon wieder los hier? Auf einer bestimmten Uhrzeit darf ich nicht mehr spielen. Das ist doch nicht... Würdest du sogar noch halt geschossen benutzen? Nein. Würdest du doch, du hast dich 8-Ball nutzen lassen. Der hat 8-Ball bekommen, wenn es heißt. Doch, der hat dich dagegen geschossen. Der hat dich halt geschossen benutzen lassen. Na gut. Na jetzt aber, ne? Sonst wird's echt fein. Nee. Oder? Nee. Nee, oder? Nee. Scheiße. Na gut. Okay. Lieber in meinen Eingang, denn das ist sicher doch... Das ist ein bisschen nervig, dass der Leiter macht. Oh mein Gott. Ahhhh. Wieso bist du denn da mitgesprungen? Ja, weil ich nicht möchte, ob du willst. Oh komm, so schlecht bin ich mir in Ordnung. Oh. Ah, hast du den? Nein, nicht mehr. Komm, wir haben noch kurz Zeit für... Das war wieder keine Rolle mehr. Ausgleich. Ich bin da. Ja, schieß nach, schieß nach. Na schade. Ah, 20 Sekunden. Was hast du gesagt? Ich hab gesagt. Irgendwann bist du gefahren und bin nicht gefahren. Ja! Aber kein Boost. Ja, ich... 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 Wurde weggerammt. Ja, und ich hab fast ohne Boost sogar noch gemacht, ok? Mann, ey. Oh, jetzt wird ja was scheiße von dir sehen, ne? Also, ein drittes Eigentor? Ich glaub ich hab's allein heute schon zwei Stück gemacht, oder? Nee, ich hab's ja, aber nur Einzelne ausmachen, das wird ein Glück. Nette Vorlage. Sollte eigentlich nicht toll werden, ne? Nette Vorlage. Aber auch gut sein. Teamplay und so. Ja. So. Jetzt aber... Oh. 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 Ich schieß nochmal. Ja, okay. Ja. Wir warten nur noch ein bisschen. Dann macht er's noch mal. Ja, okay. Ich schieß nochmal. Ich mach mal ein bisschen, das denn macht... Ja. Ja... Ah, ich dachte echt, du machst ihn rein. Genau. Dann bin ich so viel gesprungen. Ups. Jetzt macht er ihn leider. Nee, der war schneller als ich. Oh. Oh. Ja, komm schon. Ich kann über die Eckkraftsseite schießen. Ja, hab ich gesehen. Danke. Und ich hab trotzdem weniger Punkte. Ja, hast du so geile Vorlagen. Ja, zwei Vorlagen. Tor gibt auch mehr Punkte als zwei Schaune. Aber du hast doch drei Schüssel, ne? Ah, nee. Hätte ich wieder fahren müssen, nämlich. Ich dachte, ich bin schon wieder falsch gefahren. Keine Ahnung, mein Check ist irgendwie erklärt. Ich bin auch vor, mich nicht zu konzentrieren, sonst wieder wieder fahren bleibt. Ups. Ja, ich weiß nicht, was sagen. Ich fahr. Ich mach Vorlage. Noch nicht. Oder fast doch. Soll ich wieder machen? Nee, weiß nicht. Okay, das war... Ja, war doch die Vorlage, die du wolltest, oder? Ja. Ich fahr den an. Nein! Ich hab dich nicht an ernst, oder? Das war ein bisschen zu schnell, okay? Ich bin dein Ernst, oder? Was? Ich hab dich einfach so Waffle-Jumps und war auf der Stelle. Alter! Mir sage ich, ich soll mal hier ernst spielen, ne? Ey, das hier voll die Kindergarten-Fahne steht. Oh, sehr schön. Habt ihr gedacht, dass ich da nicht in die Vorderung durch den Ball gehen kann? Ich denke, das wäre toll. Ich bin nicht da. Was? Jetzt bin ich da. Okay, gut, dann leg ich ihn dir jetzt. Nein, natürlich kommt genau jetzt der Effekt. Oh. Okay. Hässlich. Wieder hässlich. Boah, der Block hat mich geplotst. Hab ich gesehen. Ich versuch' Vorlage. Ja. Boah ey, ich dachte, er trifft. Ja, da kann ich nicht. Ja, nice. Komm. Das fand ich auch ein Voller von mir. Ja. Oh, zwei Spiele gewonnen durch aufgehandeltes Gegner. Damit leben, glaube ich. Ja, denke ich ja. Da würde ich sagen, machst du's auch mit der ersten Folge. Ihr hattet ein paar schöne Replays mit drin, die ich jetzt ja dann noch mit aufnehme. Darum, Replay speichern. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal in einer weiteren Folge. Bis dahin. Servus und tschau. Tschau.